Hallo Leute und willkommen zurück zu Jura Quadrat. Jura macht Spaß mit Wissen, Rechtsprechung und Problemen. Nehmt euch einen Kaffee zur Hand, heute besprechen wir den sogenannten Dombrandfall. Das Ganze könnt ihr nachlesen bei RGZ 82 206. Um was geht's? Zum vereinfachten Sachverhalt. Das Bistum Fulda, hier abgekürzt mit dem Buchstaben B, wollte in der Domstadt eine Feier anlässlich des 1150. Todestages des heiligen Bonifatius veranstalten. Den Bonifatiusfall, der sich an dieser Stelle natürlich anbietet, den habe ich auf dem Blog und auf YouTube bereits besprochen, könnt ihr gerne vorbeischauen. Aber weiter zum Sachverhalt. Hierzu wurde ein Feuerwerker, abgekürzt hiermit beim Buchstaben F, mit der Durchführung eines Feuerwerks beauftragt. Allerdings hatte dieser fahrlässig mit einer Holzlaterne ein Feuer im Dachstuhl entfacht. Das Ergebnis, der rechte Turm des Doms in Fulda ist vollständig niedergebrannt. Also es gab richtig viel Feuer und einen Schaden. Die Kosten für die Instandsetzung, die wurden dann von dem preußischen Staat getragen, der Bauchträger des Ganzen gewesen ist. Denn dieser war nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften dazu verpflichtet, eine Reparatur vorzunehmen. Der preußische Staat P verlangt nun von dem Feuerwerker F Regress bzw. Ersatz der Reparaturaufwendungen. Hat dieses Anliegen Erfolg? Das werden wir jetzt gleich besprechen. Zunächst einmal aber eine kleine Skizze zum Sachverhalt. Wie vorhin erwähnt, haben wir hier den B, also das Bistum Fulda, den F, also den Feuerwerker, der hier durch sein fahrlässiges Handeln den Schaden verursacht hat, also den Brand, und den preußischen Staat P, der vom F Ersatz verlangt. Die Problemschwerpunkte des Falles sind hier vor allem der Regress bei der unechten Gesamtschuld. Was das ist, was das bedeutet, werden wir dann gleich im weiteren Verlauf verstehen. Mögliche Anspruchsgrundlagen im vorliegenden Fall sind § 426 Absatz 1 Satz 1 BGB, ein Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag, § 883 Satz 1, 670, 677 BGB, ein weiterer Anspruch aus Bereicherungsrecht, § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 BGB, ein Anspruch aus dem Schadensrecht, § 823 Absatz 1 BGB, in Verbindung mit § 255 BGB analog oder § 242 BGB, dem Grundsatz von Troll und Glauben. Am besten lest ihr euch, bevor wir dann weiterschreiten, die einzelnen Normen nochmal genauer durch. An dieser Stelle könnt ihr also kurz die Pause-Taste drücken. Und nachdem wir die Normen durchgelesen haben, geht es dann gleich weiter zum Gutachten, beziehungsweise der Lösung des Falles. Zunächst einmal können Ansprüche aus eigenem Recht bestehen. Im weiteren Verlauf werden wir dann auch wieder merken, es gibt sowohl Ansprüche aus eigenem Recht, also Ansprüche, die dem preußischen Staat P gegen den Feuerwerker F selbst zustehen, und Ansprüche aus abgetretenem Recht, also Ansprüche, die zum Beispiel das Bistum Fulda hier gelten machen kann, und die dann abgetreten werden können an den preußischen Staat. Aber alles Schritt für Schritt. Zunächst einmal Ansprüche aus eigenem Recht. Als erste Anspruchsgrundlage kommt, wie bereits erwähnt, § 426 Absatz 1 Satz 1 BGB in Betracht. Das Ganze ist ein Anspruch aus Gesamtschuldnerausgleich. Voraussetzung für diesen Anspruch ist also, dass P und F, also der preußische Staat und der Feuerwerker, Gesamtschuldner sind. Doch sind sie das? Ob P und F Gesamtschuldner sind, bestimmt sich wiederum nach § 422 Absatz 1 BGB. Dann müssten beide eine Tilgungsgemeinschaft gründen. Wir lesen die Normen. § 422 Absatz 1 Satz 1 BGB Die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner wirkt auch für die übrigen Schuldner. Wirkt hier die Leistung des P für den F und wirkt die Leistung des F für den P? In der vorliegenden Konstellation wird allerdings nur der P durch die Leistung des F frei. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Das bedeutet also, dass kein Gesamtschuldverhältnis besteht. Ergo besteht auch kein Anspruch aus Gesamtschuldenausgleich nach § 426 Absatz 1 Satz 1 BGB. Deshalb begeben wir uns zur nächsten Anspruchsgrundlage. Dem Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag nach § 683 Satz 1 670 677 BGB. Der P könnte gegen den F einen Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag, also auf Ersatz der Aufwendung, nach den besagten Normen haben. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass ein fremdes Geschäft vorliegt. Mit der Instandsetzung des Domes müsste P also ein fremdes Geschäft geführt haben. Ein Geschäft ist fremd, wenn es in dem Interessen- und Pflichtenkreis eines anderen fällt. Das Reichsgericht hat dann keine langen Ausführungen gemacht, sondern das Ganze bejaht. Nach heutigem Verständnis ist das allerdings problematischer. Denn der preußische Staat P, er ist als Träger der Kirchenbaulast grundsätzlich selbst verpflichtet, für die Instandsetzung des Domes zu sorgen. Es liegt also kein objektiv fremdes Geschäfts vor, sondern wegen der eigenen Pflicht nur ein auch fremdes Geschäft. Das auch fremde Geschäft stellt allerdings ebenso ein fremdes Geschäft dar. Ein fremdes Geschäft hat der P also mit der Instandsetzung des Domes geführt. Als weitere Voraussetzung müsste der Fremdgeschäftsführungswille vorhanden sein. Also dies ist der Wille, ein fremdes Geschäft führen zu wollen. Kritik ist allerdings, wann beim auch fremden Geschäft ein Fremdgeschäftsführungswille vorliegt. Nach einer Ansicht sind hierfür konkrete Anhaltspunkte für einen Fremdgeschäftsführungswillen erforderlich. Nach einer anderen Ansicht hingegen wird dessen Vorliegen widerlegbar vermutet. Der Streit über die Fremdgeschäftsführung beim auch fremden Geschäft kann allerdings dahinstehen, wenn der oben besagte Anspruch aus anderen Gründen scheitert. Schauen wir uns also die anderen Anspruchsvoraussetzungen an. Als weitere Voraussetzung müsste der P ohne Auftrag oder sonstige Berechtigung gehandelt haben. Hier besteht keine besondere Verpflichtung aus einer bestehenden Sonderverbindung zwischen dem Geschäftsführer und dem Geschäftsführer. Damit haben wir keinen Auftrag und keine sonstige Berechtigung. Weiterhin müsste die Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn entsprechen. Sie liegt dabei im Interesse des Geschäftsherrn, wenn sie ihm objektiv nützlich ist. Das ist der Fall, wenn der Feuerwerker F durch die Instandsetzung des Domes nach § 267 BGB in Verbindung mit 362 BGB von seiner eigenen Verbindlichkeit befreit wäre. Doch ist der F durch die Instandsetzung des Domes von seiner eigenen Verbindlichkeit befreit worden? Wir schauen uns also die zwei besagten Normen an. § 267 BGB Hat der Schuldner nicht in Person zu leisten, so kann auch ein Dritter die Leistung bewirken. Die Einwilligung des Schuldners ist nicht erforderlich. Das war Absatz 1. In der Norm 362 BGB Absatz 1 Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird. Das Reichsgericht hat in der folgenden Entscheidung festgestellt, dass eine Geschäftsführung im Interesse des Feuerwerkers F vorliegt. Nach heutigem Verständnis ist das allerdings problematisch. Denn der preußische Staat P, er war kein Dritter im Sinne von § 267 BGB. Der hat ausschließlich gehandelt, um seine eigene öffentlich-rechtliche Pflicht als Baulastträger zu erfüllen. Das bedeutet also, dass der F von seinen Verbindlichkeiten nicht befreit ist. Er muss weiterhin nach § 249 Absatz 2 BGB Wertersatz in Geld leisten. Damit ist die Geschäftsführung durch P nicht im Interesse des Feuerwerkers F geschehen. Im Ergebnis ist also ein Anspruch, aus Geschäftsführung ohne Auftrag zu verneinen. Deshalb schauen wir weiter ins Bereicherungsrecht. Ein Anspruch aus § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 BGB. Das Ganze ist also eine mögliche Leistungskondition. Dies setzt zunächst voraus, dass etwas erlangt worden ist. Etwas kann dabei jeder Vermögensvorteil sein. Da wir aber gerade eben festgestellt haben, dass der F durch die Instandsetzung des Doms nichts erlangt hat, da er weiterhin nicht von seinen Verbindlichkeiten befreit ist, ermangelt es bereits an der Voraussetzung etwas erlangt. Denn wie festgestellt ist der P kein Dritter im Sinne von § 267 BGB in Verbindung mit 362 BGB. Etwas erlangt Minus. Doch selbst wenn man weiterprüfen würde, ermangelt es hier ebenfalls dem Tatbestandsmerkmal durch Leistung. Denn der P hat keine bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens vorgenommen. Der P hatte nicht den Zweck, den Feuerwerker F zu bereichern, sondern wollte lediglich seine eigene öffentlich-rechtliche Pflicht absolvieren. Im Ergebnis ist also auch ein Anspruch aus § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 BGB zu verneinen. Aus eigenem Recht bestehen damit keine Ansprüche des preußischen Staates gegen den Feuerwerker F. Allerdings könnten Ansprüche aus abgetretenem Recht bestehen. Der P könnte einen Anspruch auf Ersatz der Reparaturaufwendungen aus abgetretenem Recht des Bistums Fulda haben. Dies könnte sich aus der Norm 823 Absatz 1 BGB, der Klassikernorm aus dem Schadensersatzrecht, ergeben. Das Bistum Fulda hat grundsätzlich einen deliktischen Anspruch nach § 823 Absatz 1 BGB gegen den Feuerwerker F. Denn dieser hat rechtswidrig und fahrlässig und damit auch schuldhaft das Eigentum des B verletzt. Schließlich ist ja der Dom, bzw. ein Teil des Domes, niedergebrannt. Problematisch ist aber das Vorliegen eines Schadens nach der Differenzhypothese. Ein Schaden liegt nämlich vor, wenn der Wert des tatsächlichen Vermögens des Geschädigten nach Eintritt des schädigenden Ereignisses geringer ist, als der Wert, den sein Vermögen bei hypothetischer Betrachtung haben würde, wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten werde. Hier wurde der Dom allerdings durch P wieder instand gesetzt. Damit ist der ursprüngliche Zustand also wieder hergestellt worden. Allerdings erfolgt hier normativ eine Korrektur, denn seitens des P war keine Begünstigung gewollt, sodass wir hier nach normativer Betrachtung dennoch einen Schaden bejahen. Im Ergebnis ist das aber irrelevant, wie wir gleich sehen werden, denn es ermangelt bereits der Voraussetzungen einer wirksamen Abtretung. Es müsste nämlich auch dieser Anspruch, der ja das Bistum F hat, gegen den Feuerwerker F, auch wirksam abgetreten worden sein. Zunächst einmal ist das Bistum nicht verpflichtet, diesen Anspruch abzutreten. Eine Verpflichtung könnte sich lediglich daraus ergeben, wenn man § 255 BGB analog anwendet oder auf den Grundsatz von treuen Glauben nach § 242 BGB abstellt. Lies euch am besten diese zwei Normen durch, um das Ganze besser systematisch zu verstehen. Wenn wir nach einer dieser genannten Normen eine Pflicht zur Abtretung bejahen, bestünde also eine gesetzliche Pflicht der B zur Abtretung des Schadensersatzanspruches an P und damit ein Anspruch des P auf Schadensersatz aus abgetretenem Recht gegenüber dem F. Allerdings haben wir vorliegend folgende Situation. Es liegt hier eine Abtretungsurkunde der Kirche nach § 398 Satz 1 BGB gegenüber dem preußischen Staat vor. Allerdings fehlt es an dem Genehmigungsbeschluss des Domkapitals. Damit ermangelt es an den Voraussetzungen einer wirksamen Abtretung. Das bedeutet also, der preußische Staat hat keinen Anspruch auf Ersatz der Reparaturaufwendungen aus abgetretenem Recht. Da wir nach der Prüfung festgestellt haben, dass weder Ansprüche aus eigenem Recht noch aus abgetretenem Recht von P gegen F zustehen, hat der preußische Staat somit keinen Anspruch gegen den Feuerwerker und steht damit leer da. So, jetzt hoffe ich, ihr habt euren Kaffee ausgetrunken, habt das Ganze verstanden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt also gerne einen Daumen. Ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt und freue mich auf weitere Videos und Feedback von euch. Macht's gut, liebe Grüße, euer Jura Quadrat.